Ja, was sind da los, sagt der DJ Nick und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Big Ambitions. Und ja, wir sind kurz vor unserer Disco. Ich weiß nicht, ob es eine schlechte Nachricht ist. Ich habe heute versucht, nochmal mit Hofgard Games mal reinzuschauen, wie es mit der Roadmap ausschaut, denn die war nämlich für Dezember versprochen der neue Teil. Leider ist die komplette Roadmap offline genommen worden. Jetzt hoffe ich mal, dass es nur am Server gelegen hat, irgendwie bei Hofgard Games, und nicht ein schlechtes Omen ist. Wir werden sehen, wir werden sehen. Sollte es denn dann im Dezember tatsächlich den neuen 0.4er Patch geben, gibt es natürlich von mir wieder eine Sondersendung, das ist ja wohl völlig klar. Dann machen wir den neuen Teil. So, wir wurschteln aber noch ein bisschen weiter mit unserer Disco-Club. Disco darf ich ja immer nicht sagen, mit unserem Club, ganz genau. Ich bin nur am überlegen, weil es kam nicht mehr ein guter Tipp von euch, das hätte ich nicht mehr beinahe vergessen. Unser Lager, es wäre natürlich von Vorteil, wenn wir nicht nur ein Lager anmieten, sondern da auch Paletten reinstellen. Macht irgendwie Sinn. Aber es kam der Hinweis, dass man sich das tatsächlich einrichten lassen kann. Machen die das tatsächlich? Oder wolltet ihr mich nur auf den Arm nehmen? Geschäft für Ladeneinrichtungen. Macht es dann der? Moment, das ist ja nur der Lieferer. Ich brauche eigentlich nicht den Lieferer, sondern ich brauche den Innenausbauer. Kingdom Office. Macht ihr das? Da gibt es glaube ich auch mehrere. Innenausbauer. Nugterm Interiors. Wir fangen mal den kurz an. Hallo. Wie? Außerhalbgeschäft. Ob 10 macht ihr erst auf? Ihr habt ihr ja Leben. Dann machen wir zuerst und die Pause raus. Und dann geht's los. Dann machen wir jetzt erst einmal schnell das mit unsere LKWs. Ja, 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 ja. Wir brauchen ja die zwei LKWs. Warte mal, wo ich das kurz habe. Entschuldigung, ich stehe ja nicht aus Gaudi auf der Straße rum. Taxi. Nein, nicht hupen. Mitnehmen. Äh, wir müssen zum, äh, ja, ist nicht so weit. Wir müssen zum Autodankler. So, die Sendung ist schon angekommen. Sehr schön. Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Wir schauen uns mal hier diese LKWs an. Farben, völlig wurscht. Macht das blau. Was kostet der? Oh, okay, 100.000. Aha. Parkassistent brauchen wir wirklich nicht. Macht nix. Wird gekauft. Brauchen wir. Ah, müssen wir wieder selber ins Lager fahren. Können wir noch einen kleinen zweiten kaufen? In hellblau. Ah ja, bitte holt zuerst ein Fahrzeug ab. Okay, gut, alles klar. Machen wir das zuerst. Können wir eigentlich in dem Fahrzeug, ähm, können wir da eigentlich was mitnehmen? Können wir da eigentlich einlagern? Fracht 60er, klar. Da könnten wir uns doch eigentlich, okay, da muss ich jetzt mal schnell eine Pause machen. Wo kriegen wir denn unsere Regale? Hm, es war, also das Lager ist hier. Und irgendwo, wo waren jetzt diese Ding? Innenausstatter nochmal. Innenausbauer. Na, das sind natürlich Innenausbauer. Einrichtungshaus. Square. Jobinventar anschauen. Lagerregal. Ne, das sind aber die kleinen. Wir brauchen die Palettenregale. Die hat der schon mal nicht. Dann. Ah, Mann, wer waren das jetzt? Das war doch, war der nicht genau gegenüber? Ah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Wo war der, der Patterson? Der ist es doch, oder? Ja, der hat diese Palettenregale. Okay. Dann stehen wir ja eigentlich fast davor. Wunderbar. Wo machen wir das jetzt? Steigen wir ein. Wir fahren beim Patterson vorbei. Das ist ja cool. Das machen wir alles auf einmal. Oh, Entschuldigung. Ich tue mal wahnsinnig gleich. Ja, das ist ja auch groß im Wendekreis. So. Ich musste mal ganz kurz vorbeifahren. Naja, aber das ist ja, Moment einmal. Jetzt überlege ich mir gerade. Ähm, Pause. Das ist ja Wahnsinn. Da müssen die jetzt... Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Weil sonst muss ich die alle rein und raus drungen. Jetzt mit dem Wagerl. Und muss die auch im Lager auch wieder rein und raus drungen. Da lad ich es lieber nur im Lager ein und aus. Also... Ja, das machen wir anders. Äh, das machen wir anders. Wir stellen die... Nein, wir probieren es jetzt einmal in den Ausbau. Da muss es nämlich... Da muss es nämlich gar nicht. Okay, das ist also definitiv der verkehrte. In den Ausbau. Es gibt einen, der das kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, dann haben wir den noch. Äh, ja, morgen halt. Industrielle Natur. Ach, du spinnst du, oder was? Wieso denn kosten... Wieso kosten das so viel? Nein, das will ich auch nicht. Das ist mir viel zu viel Geld. Das ist jetzt ja wahnsinnig. Das haben wir ja gerade als Geld. Nein, 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 nein. Das machen wir auch nicht. Das machen wir nicht. Das gefällt mir nicht. Dann bestellen wir es uns und machen es selber. Klar. Äh, Zentrallager 2. Lieferzeit wählen. Ja, morgen in der Früh. Artikel hinzufügen. Und dann kaufen wir... Wie viel? 20 Stück. Machen wir mal 30 Regale. Das wäre ja wohl locker langer. So, das sind 36.000. Das ist schon ein bisschen anderer Preis. Also, ich stelle mir, die Preis ist immer. Das ist ja irrsinn. Zähne 800.000 Euro oder Dollar, damit der uns das Ding da einricht. Ähm... Vielen Dank. Dankeschön. Dann... Machen wir also folgendes. Wir... Wo ist unser Lager? Das ist das eine. Das ist das andere. Wir müssen also rückwärts fahren. Okay, gut. Dann drängen wir um. Oh, das wird jetzt sportlich. Aber das sollte man lieber an der Kreuz ummachen. Achtung. Ja, gut. Wieso geht denn der Fußgänger drüber, wenn ich grün habe? Den fahre ich zusammen. Das ist mir gewusst. Das geht so nicht, Leute. Nein, 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 nein. Ich halte mich ja schließlich auch an die Verkehrsreweg. Da sind wir schon. Sehr schön. Wir müssen das nicht machen, wir müssen das nur da abstellen. So war doch das. Und verschwinden gleich wieder. Und brauchen einen Taxi. Wir müssen gleich den zweiten auch kaufen. Da tue ich jetzt gar nicht lange rum. Und dann fahren wir rüber. Mein Wahnsinn. Die Zeit vergeht schon wieder. Und dann... Fahren wir rüber. Ah, Taxi. Bringst du uns mal schnell zum... ...aut... ...dantler. Da ist der. Jetzt da wenigstens lang. Bis Gott. Ich war vorher schon mal da. Ich würde gern noch einen kaufen. Ich nehme einen hellblauen. ... 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 Eigentlich mag ich das nicht so mit dem Sport-Outfit rumlaufen. Aber... ... 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 glaube ich ist das vollkommen in Ordnung. So, jetzt muss ich bloß schnell schauen, wie fahren wir am besten. Ja, jetzt fahren wir rechts rum, alles klar. Tja, jetzt weiß ich nicht mehr, wann ich rechts abgehen muss. Nicht diese, die nächste. Das ist doch jetzt recht schnell gegangen, jetzt können wir es gleich wieder in unsere Disco stürzen. So, wunderbar. Gute Slot 2 zugewiesen. Soll es sein. Gut. Und gleich die nächste, wir haben immer was zu tun. Taxi. Wo ist das? Oh Mann. Ja, ja, Disco ist da, die ist der ganze Drum, da müssen wir definitiv im Taxi fahren. Taxi. Taxi? Ja, Taxi. War schon teuer, diese Taxifahrerei heute. So, und dann fahren wir hinauf, da müssen die Lieferungen schon da sein. Ah, übrigens auch, vielen Dank, ich glaube der Christian war es wieder. Ne, der Stefan. Vielen Dank für den Tipp. Das werden wir jetzt auch sehen. So, jetzt machen wir erst mal kurz Pause. Achso, wie eine Pause, man kann ja nicht rumlaufen. Macht Sinn. Also, der Hinweis war tatsächlich, diese blöde Sackharre versteckt sich da irgendwo. Unter diesen Regalen. Ich glaube, ich habe es gesehen. Und es sei, dass die da dahinter steht. Ja, es hat nur so ausgeschaut. Also, im Moment sehe ich es nicht. Ich meine, ich finde es schon nobel, dass es im Lager bei uns sogar im Fernseher gibt, warum auch immer. Wo versteckt sich der hinterm Tor? Nein. Also, ihr habt es gemeint, ihr habt es gesehen, oder wie? Ich weiß jetzt leider nicht, wo die standardmäßig steht. Da. Ha! Da ist die saublöde Sackharre. Echt, hä. Ähm. Wie machen wir das jetzt? Das machen wir jetzt folgendes. Stell das mal da hin. Eigentlich können wir es stehen lassen. Ne, wir machen das folgendes. Äh, das blöde Ding werden wir mal entsorgen. Braucht kein Mensch. Das blöde Ding werden wir mal packen. Und dann kaufen. Wir brauchen ja nämlich die Schränke nicht, wenn überhaupt zwei Sicherheitsbeamte. Das überlegen wir noch. Und dann kann das Lagerregal nämlich von da hinten noch da her. So, wunderbar. Dekoratives Getränkeregal. Ach, Mann. Äh, weißt du was, hä. Dann stell's halt einfach da her. So, wir haben eine Sackharre. Wunderbar. Knappen wir uns gleich. Dann geht's gleich los. Ach, Seilabsperrung. Was soll denn das schon wieder? Es ist schon wieder sechs Uhr abends. Das ist ein Wahnsinn. Also, äh, im Spiel. Bei mir ist ja viel später. Ja, also, jetzt hopp, 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 hopp. Das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Halt, oh Mann, zu fix. Beine wieder vergessen. Ja, unsere... Mann, unsere Leute sind doch fertig. Ja, die DJs, das wird schon. Ein paar Tage noch. Einkäufer, hier jede Menge Kundendienstler. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Die haben wir jetzt auch bald 100%. Ja, was wir jetzt mit denen machen, da müssen wir jetzt langsam zu Potte kommen. So, die Reinigungsleute werden auch noch... Ja, äh, alle mal ausbilden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kann eigentlich gar nicht sein. Irgendwo muss nur ein Sechster sein. Da haben wir noch eine Reinigung. Ah, die Auslieferungsfahrer. Ah ja, die könnte man jetzt eigentlich doch schon mal zuweisen. Das machen wir jetzt auch. So, äh, Basic 1 zuweisen. So, haben wir schon. Keine Aufgaben. Okay, dann bedeutet das für uns, ziehen Sie die Mitarbeiter hierher. So, oder? Jetzt auch. Haben wir das auch schon mal erledigt. Super. Stück für Stück. Und jetzt auch. Ja, zwei Garderoben. Und die Sicherheitspanelen. Pause. Muss echt ein bisschen Zeit sparen jetzt. So, jetzt schauen wir mal. Wo können wir die Garderoben platzieren? Ah, Google Maps keine. Achso, ja, wollte ich ja gar nicht. Na, wieso lasse ich das blöde Ding jetzt nicht drehen? Hallo? Was bin ich jetzt? Moment einmal. Hat sich da irgendwas verändert? Sorry, dass ich da jetzt mal ganz kurz nachschauen weiß. Hä? Warum sind denn hier bitte... Achso, weil ich das so eingestellt habe. Entschuldigung, jetzt habe ich echt gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich habe doch das nicht geändert, oder? Ich habe doch die Tastaturbelegung nicht geändert, oder? Das gibt es ja nicht, ja, ja. Also jetzt muss ich ganz kurz mal schnell einen Break machen. Ja, total verrückt, gell. Habe ich es wieder eingestellt. Also, äh, Garderobe. Äh, puh. Jetzt kann man es wieder bewegen. Wollen wir die... Bin ich gerade einmal überlegen. Ich muss wieder Pause drücken, weil sonst habe ich keine Ruhe. Äh, dahinter, dann könnten die Leute sich da anstellen. Macht Sinn, oder? Dann steht das zwar vor dem Fenster, muss es aber eigentlich irgendwie nicht kratzen. Wenn wir es hier herstellen, stehen uns die Leute irgendwie da in den Saal hinein. Das will ich eigentlich auch nicht. Dann stelle ich es da her. Machen wir es mal so. Können wir es ja später nochmal ändern. So. Und die andere platzieren wir natürlich auch, und zwar da herum. Genau. Und dann stellen wir auch gleich die Sicherheitspalennedeln noch auf. Das war schon ein guter Tipp. Ja, das stehe jetzt einfach da hin. Ich finde es gar nicht so dramatisch. Logisch, brauchen wir. Bin ich vollkommen über eurer Meinung. Auf alle Fälle. Für Waffen an jeglicher Art. Können wir das... Na ja, dann kommen wir die Leute nicht mehr rein. Na ja, gut, lass ich jetzt so. Ist es für mich okay? Komm, schnapp dir die Sackkarre. Machen wir die anderen Dinger auch noch. Was haben wir denn noch? Sicherheitspaneele nochmal zweimal. Was haben wir denn da? Sicherheitszeichen. Oh Gott, wenn es nicht unbedingt sein muss. Achso. Sicherheitszeichen platzieren. Na gut, wir sind anständig und informieren unsere Leute. Äh, die Gäste. Ich glaube sogar, ist bei uns sogar, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich glaube, in Deutschland ist es, glaube ich, sogar Pflicht, oder? Wenn Aufzeichnungen gemacht werden. Ich weiß jetzt gar nicht genau. So. Das kommt natürlich dann auch hierher. Oh. Steht alles ein bisschen im Weg rum. Und dann die Sicherheitspaneele auf die andere Seite. So. Könnten die natürlich irgendwie schwarz einfärben, dann fallen die gar nicht so auf. So. So. Achso. Ich laufe jetzt nicht um das Ding rum, sondern nimm's in die Hand. Und was haben wir eigentlich da mal davon abgesehen? Weil wenn wir jetzt schon da sind, im Moment muss ich mir schon mal schauen. Was hängen denn da für furchtbar kräuselige? Echt? Die Lampen da, das ist ja außerkräuselig nur noch gleich. Aber ein bisschen Licht, glaube ich, muss sein, gell? So. Was haben wir denn jetzt noch? Was klingt denn hier? Warte jetzt schon, bis der Club aufmacht, oder? Wie dauert noch ein bisschen, Leute? Sorry. Äh, okay. War das jetzt alles, oder? Ja gut. Dann nehmen wir die drei Sachen jetzt noch mal rein. Die stellen wir hinten ins Büro. So. Ich stehe jetzt einfach, ich stehe jetzt einfach dort davor. Na, Platz sind immer's nicht. In den Diskotheken schaut's immer aus. War sie aus eigener Erfahrung lange Jahre dort gearbeitet. Achso, wir könnten auch in Namen kennen hier nicht schlafen, weil wir nichts zum Essen haben. Äh, vielleicht nicht nächstes mal ein bisschen was zum Essen mitnehmen. Es ist auch schon spät auf die Nacht schon wieder. Es ist ein Wahnsinn, wie da die Tage durchfliegen. Das ist ja brutal. So. Ah ja. Taxi hält den ganzen Verkehr auf. Passt mir ganz gut. Passt uns heim. Es ist schon spät. Es ist schon spät. Wir müssen ins Bett. Nächstes Mal nehmen wir uns was zum Essen mit. Die nächsten 150.000 Dollar sind eingegangen. Sehr schön. Und jetzt freut uns eh gleich vom Stangerl. Schauen wir mal ganz kurz. Einen Tag Videospiele. Ja. Naja. Jetzt ist schon halb Uhr eins. Machen wir nimmer. Jetzt hauen wir uns hin. Es ist schon wieder spät. So. Aha. Plus dann Imports. Alles klar. Es wurde einiges eingekauft. Was haben wir hier? ImportXpern. Ja. Dame Bekleidung nicht lieferbar. Wissen wir. Oh ja. Oh ja. Getränkedosen auch nicht lieferbar. Na hoffentlich ist das jetzt endlich einmal vorbei dann bald. Der Schmarrn. Ja und die sind keinem Unternehmen zugewiesen. Hm. Du weißt schon. Dann werdet ihr jetzt einfach mal einem Unternehmen zugewiesen. Der ist 61. Das ist mir gar nicht aufgefallen. 58. Meine Güte. Macht nichts. Die müssen kein Geld verdienen. So. Es ist schon acht Uhr in der Früh. Gut. Wir haben die jetzt zugewiesen. Jetzt konnte ich euch das vielleicht einmal. Ich habe mir da was überlegt übrigens. Jetzt können wir uns das einmal anschauen. Was ich mir da mit dem Zeitplan überlegt habe. Und zwar. Irgendjemand ist da schon in der Degustrikasse eingeteilt. Okay. Wir werden jeden Tag 21 Stunden öffnen. Dass ich das jetzt richtig mache. Die Reinigungsstationen müssen wir los holen. Das stört mich. Und. Mal schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir werden drei Schichten a sieben Stunden haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich mache es jetzt einmal so. Dann der Dennis Blue. Ich hoffe, das geht so, dass man das so aufteilt auf zwei Sachen. Drei, sieben. Und der Cherry Breeze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau. Und zwar tatsächlich die ganze Woche. Ja. Und dann haben die 49 Stunden. Ganz genau. 50 Stunden könnten sie arbeiten. Dann haben die 59 Stunden. Und da brauchen wir dann natürlich, wie wir hier sehen, jede Menge Leute. Das ist ein Wahnsinn. Also, ich bin völlig unschlüssig, ob sie das wirklich rechnet. Das glaube ich niemals. Aber wir werden sehen. Wo ist jetzt im Verschreiben? Zwei, vier, sechs. D3 haben wir schon. Das war's. Wir können eigentlich nur zwei Kassen füllen. Das ist so brutal. Das ist das Personal. Ah, wir können. Wir arbeiten dann sieben Tage die Woche. Sieben Stunden am Tag. Das passt für mich. Reinigungspersonal ausblenden. So. Nur das Personal. Naja. Bringt jetzt nicht viel. Okay. Reinigungsstationen ist auch die Frage. Ich würde zwei Stück nehmen. Das sollte eigentlich reichen, oder? Zwei Stück. Ah, drei Stunden wöchentlich. Das sind 21 Stunden. Dann haben wir. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachschauen. Wie war das mit den... Irgendwo war doch das mit den Stunden nochmal. Das kann ich mir mal wissen. Hier. Teilzeit. Okay. Die müssen eigentlich 30 Stunden arbeiten. Verstehe. Die Reinigungskräfte. Dann nehmen wir Teilzeitkräfte. Die arbeiten dann sieben Mal drei Stunden. Dann 21 Stunden. Zwei Stück. Das ist der Plan. Die anderen Reinigungsstationen kommen weg. Ich hoffe das reicht. Das weiß ich jetzt nicht genau. So. Die Sicherheit ist perfekt. Obwohl wir überhaupt gar keine... Gar keine... Sicherheitspersonal haben. Und das würde brutal viel Geld kosten. Also die lasse ich auf alle Fälle weg. Wir brauchen eh schon so viel Personal. Eins, zwei... Wahnsinn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es sind nochmal 18 Mitarbeiter extra. Dann die drei. Und dann nochmal 18. Und an der Garderobe auch nochmal. Jeweils drei. Es sind also... 24 Mitarbeiter plus die drei DJs noch. Das ist ja Wahnsinn. Wer zahlt denn das alles? Da müsste man ja Geld verdienen ohne Ende. Na da bin ich ja echt gespannt. Ob das wirklich klappt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das langt hinten und vorne nicht. Das ist ja ein Wahnsinn. Okay. Dann ist es aber so. Jetzt haben wir den Schmarrn angefangen. Das bedeutet für uns. Wir stellen auf alle Fälle weitere Kundendienstle ein. Logistik Manager. Brauchen wir eigentlich nur einen Logistik Manager? Brauchen wir auch fürs neue Lager, gell? Haben wir da schon einen in der Ausbildung? DJ, Einkäufer, den brauchen wir? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen auch noch einen Logistik Manager. Stimmt. Oh mein, wird das so viel. Mhm. Da, Logistik Manager. Die wollen alle Versicherung. Ich bin übrigens gerade hier beim Versicherungsschauen. Naja. Konne ja eigentlich haben. 60 ist mir zu alt. Silberkrankenversicherung. Da war noch einer mit Bronzekrankenversicherung. 36. Carlos Coens. 16 Dollar. Vollzeit kriegst du sowieso. Einstellen. So, und jetzt Herr Kundendienstler. Die sind zu teuer. Dann sortieren wir es einmal nach Stundenlohn. Sicherheitsmann, Kundendienstler. Hier, Teilzeit alles. Sicherheitsmann, Kundendienstler, Vollzeit. Epiphania. 62. Das geht nicht. Das ist mir zu alt. Das ist mir zu alt. Das ist mir zu alt. Kirk Marschall. Haben wir auch. Kirk Marschall, Vollzeit, 18 Dollar Kundendienst. Tania Sein. Tania Sein. Kundendienst. Teilzeit. Vollzeit. Jacob, 52. Oh ja, mei. Muss ja auch arbeiten, gell. Ja. Stacey Fidel, 18. Der Ex-State. Vollzeit. Teresablocker. 50. Monix. Patrick Salinas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, heute Logistik Manager ist es wieder, Promenade Dienstler, da kommen die neuen Kundendienstler, Vollzeit 60 ist zu alt Das ist nur Teilzeit Ich muss genau schauen, Vollzeit Kundendienst 33, das ist richtig 19 Dollar, Kundendienst 5, Vollzeit Keine Versicherung Noch einer, Vollzeit 44, Lloyd Roper Ich habe einen noch, nehmen wir jetzt noch Vollzeit, Joseph Solem Ja Werdet alle eingestellt So Es ist ein Wahnsinn Also die Diskothek, die frisst mir echt die Haare vom Kopf Da bin ich jetzt echt gespannt Also es hätte ich nicht gedacht, dass man dann am Ende wirklich so viel Mitarbeiter braucht Das ist schon brutal viel Alle ausbilden Gut, der Einkäufer nähert sich schon dem, wunderbar Was ist denn dann, du hast doch jetzt einen Job Wie ist denn das, wenn nicht geöffnet ist, bist du dann Aber du hast, da war ja, ah ja, die sind nicht zugewiesen Ja Alle kriegen die Edeluniform jetzt Das ist mir jetzt wurscht Und jetzt keinen großen Unterschied mehr machen Sehr schön Das ist ja echt Mikro-Management Vom allerfeinsten Aber Stück für Stück Das ist natürlich schon anstrengend Aber man sieht schon, es wird schon so langsam Dann Klar, Personalleiter Hier Mitarbeiter Füllen 35, alles klar Dann haben wir schon wieder alle, oder? Gut Das macht nichts Joana Leon, ich will da bald die ersten haben Das ist schon echt brutal Dann hoffen wir mal, dass uns da die Leute nicht davonlaufen Jetzt haben sie zumindest einen Job Mehr können wir im Moment gar nicht machen, oder? Und jetzt muss ich mal ganz kurz schnell Ich weiß, es ist ja eh Pause jetzt Aber was haben wir denn? Doch, wir haben das Lager noch bestellt, gell? Wir haben das Lager noch bestellt Aber da würde ich jetzt sagen, da kümmern wir uns dann das Nächste Es ist ein Wahnsinn, wirklich Bis dieser ganze Laden steht Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn Aber, mei, es ist klar, so ein Großunternehmen mit so viel Leid Das dauert natürlich, bis alles fertig ist Und wir haben nur noch 10 Tage Dann kommt die Steuer, Leute Dann bin ich mal gespannt Wir müssen sowieso jetzt ein bisschen Geld sparen, damit man die Steuer überhaupt zahlen kann Da bin ich echt gespannt, was da auf uns zukommt Ja, wieder einen Schritt weiter Ich hoffe, ihr habt Verständnis und habt Geduld Bis wir das alles haben Jetzt können wir dann auch langsam mal an die Bestellungen denken Den haben wir Achso, geht noch gar nicht, weil wir den Einkäufer noch nicht haben Da müssen wir noch ein, zwei Tage warten, bis der Einkäufer da ist, bis der DJ ist Bis die Kundendienstler, so zwei, drei Tage, denke ich Also Spieltage werden wir noch brauchen Und dann haben wir alles Und dann kann es losgehen Und weh, der Laden wirft nicht ordentlich den Gewinn ab Aber dann, scheiß Arbeit hier Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick Bei Peak Ambitions, war wieder spannend Bis zum nächsten Mal, schaut's wieder rein Bleibt's gesund Servus, pführt's euch